Wenn der Erbe 27 wird, dann kommen diejenigen von uns zurück, die von den letzten Erben getötet wurden. Ich bin eine 27-jährige Frau, die dazu verdammt ist, dämonartige, sabbernde Wiedergänge zu erschießen. Dieser Fluch ändert erst, wenn du endest. Ich schicke dich wieder ins Jenseits, denn das ist mein Job. Wynonna Earp, die deutsche TV-Premiere ab 11. November 20.15 Uhr auf Sci-Fi.